Hallo und Willkommen auf dem Kanal des Altmanns. Lassen wir uns gemeinsam das Stellaris Universum erkunden und spannende Abenteuer erleben. Und los geht's. Ich hab bestimmt schon mal gelesen. Äh, unmittelbare Daten hergestellt, reaktiviert hat, ertönt eine dröhne Rhythmus im ganzen Schiff, begleitet von der mit Autotune mobilierte Stimme. Alter Seefahrer, die Transkription lautet wie folgt. Im Englischen bin ich ganz schlecht. Come all you young space forest. Listen to me, I'll sing you a song of your fish or from sea. Mein Sohn wird bestimmt Köppe, den Kopf irgendwo gegenhauen, wenn er hört, wenn ich hier Englisch vorlese. Äh, lass uns warten mal. Äh, wenn dann einer hier lesen möchte. So, ich guck mal hier. So, irgendwas, ja. Fremde Sprache. Ich finde noch mehr aus dem Lied heraus. Ja. So. Genau, ich könnte doch. Ähm. Folgen, erhört sich für die, über die Anzahl der Sternen, Sternenbasis, Ankerplätze und einige Bewohnerjobs, so wie bestimmte Techniken. Genau. Hier bauen wir auch mal eine Sternenbasis. So. Hier haben wir eine Sternenbasis. Okay, aber keine Ankerplätze. Die Sternenbasis kann ich hier bauen. Fünf. Hier sollte ich auf jeden Fall auch eine bauen. Hier brauchte ich auch. Das ist so eine Schei... Na, sagt man nicht. So eine blöde Grenze. Hier muss ich auf jeden Fall eine bauen. Für besser. Vier. Habe ich noch eine über. So, dann baue ich hier noch eine. Na, komm, Ankerplätze rein. Dann habe ich auch noch ihn hier weg. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, Ratskammer heute. Agenda beginnen. Ähm. Sich entwickeln, Gesellschaft. Abfänglich. Anfänglich mal. Ohne Muniche, einiges bis 10%. Ah, das ist doch gut. Und wir machen... Wir müssen Trost und Sinnrichtung und durch unsere Glauben finden. Nein. Macht den Fall. Unsere Nachbarn werden wissen, dass wir auf Krieg vorbereitet sind. Dann ist das wollen wir nicht. Offenarmee. Wir sind alle Bürger in derselben Galaktien. Xie. Jeder sollte sich innerhalb unserer Grenzen... Äh, nein. Misch, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich es außen angeklickt. Kann ich das wegmachen? Was kriege ich denn da? Wohnerwachstum von Immigration 05. Nee, unendliche Möglichkeiten. Das ist unsere... Jegliche Fortschrift derzeit Agenda verloren. Ja, okay. Nein, okay. Das kann ich nicht. Neue Frontiers ist erstattet. Begonnene Agenda. Kartierung. Ah. Construction complete. Okay. Verbesserung der Kolonie. Kolonie-Empflegungsgeschwindigkeit plus 25%. Kolonie-Empflegungsgeschwindigkeit plus 50%. Das finde ich gut. Oh, anfängliche Modifikation. Zufriedenheit Staatsbürger plus 4. Das ist doch besser. Das will ich haben, ja. So. Oh, hier ist auch ganz viel geklickt. Ah, was haben wir denn hier? Verfügung Anführereigenschaften. Construction complete. Wissenschaftler. Ah, mein Archäologe. Erkundener. Erkundungsgeschwindigkeit erhöhen. Oder Analytiker. Effizient Forschung unterstützen. Construction complete. Ah, ich war dafür, du bist ja kein Ratsmitglied. Abschluss. Ach, komm, machen wir das. Oh, du musst weitermachen hier. Sternbasis. Und du wirst hier noch eine Sternbasis bauen. Und dann wirst du anfangen, nichts zu machen. Unser kleines Reich. So. Dann werden wir hier ein Bollwerk errichten. Unterhalt. Soldaten erhalten. Verlangen haben wir das für Zität, ja. Und hier haben wir auch einen Arbeitslosen, sogar zwei. Dann werden wir hier auch ein Bollwerk machen. Und hier geht das Lied weiter. Oder fängt, wiederholt sich. Ja. So. Ist auch ein Weg. Forschungsschiffe. Construction complete. Weil, das Lotte ist hier. Ah, hier müsste ich eigentlich... Nee, muss ich gar nicht. Nein. Hm. Das unterstützt Forschungsschiff. Wenn Kredit in die Hände wechseln. Okay, was habt ihr denn für mich? Da sieht man auch schneller. Ihr haltet zwei für einen Bewohner. Wir geben unsere Bewohner nicht ab. Stufenanstieg, Anführer. Oh, das ist aber interessant. Hauptgeschichtenerzähler. Okay, muss ich mal kurz gucken. Mal meine Anführer. Regierungen. Hauptgeschichtenerzähler. Ach ja. Du... Dann unendlich unterlich geschwingt. Ich habe bloß 5% reich. So weiter. Effekte Ratsmitglieder. Freier des Volkes. Was wollt ihr denn jetzt? Es geht nicht um die Produkte, sondern um die Vorteile des Kaufes der Produkte. Hä? Was hast du denn? Zeigt uns eure Waren. Etagenbett. Ey, das Etagenbett ist interessant. Einmal links, Kolonie. Ja, nehm ich. Eine Einmallieferung zu einer einzelnen Kolonie. Etagenbett. Haltet garantiert 80 Jahre und nicht länger. Erhöht die Wohnung um 10% für die Dauer. Das ist nicht schlecht. 1200 haben wir. Etagenbett sind gut. All die Fröhalskirchen mit meiner Schwester auch. Naja. Bis wir irgendwann mal beide ein eigenes Zimmer hatten. So. Reichsweiteffekt. Ratsmitgliederhalt. Erlassfonds. Plus 15. Erlassfonds. Construction complete. Moment, Erlassfonds. Wie komme ich denn jetzt hier zu Erlassen? Hm? Was ist jetzt los? Nein, wir wollen uns ja Erlassen. Richtlinie Erlasse. Kundungsgruppe hat eine Mild Prime verborgene Fabrik gefunden. Ach ja. Die Architektur verblüffend. Für Pintoprime merken wir Fabrik hinzu. Job und als sonderbarer Fabrikarbeiter. Unser Beförderung könnte die Einrichtung problemlos zur Steigerung der kolonialen Produktionsleiter benutzen. Okay. Ich habe 63. Ich habe noch 7 über. Anziehung habe ich und Vorforschung der Sterne. Flottenüberlegenheit. Dauer bis zum Abbruch. Starterfahrung. Schiffe 100. Schiffe 100. Baugeschwindigkeit. Manche Bedeutung der Flottenstärke. Die Arbeiter, die wir zum Betrieb der merkwürdigen Fabrik in Pintu zu guter haben, sind verschwunden. Wir können neue Arbeiter losschicken. Nein. Stört es. Ich glaube, ich nehme die Erlasse. Ja. Du wartest auf eine Arbeit. Habe ich nichts für dich. So. Eingabeplatz. Wiensangebot. Oh, der hab fliegen schon. Status quo. Keiner war in Kriegspartei besitzt. Derzeit hat immer... Moment. Hmm. in cellarys regierungsgeburt was ist das denn sparen wir schon entdeckte die alte arbeiten hier zusammen zu potenzialen talenten als versuch zu suchen wir können die berührten anführer rekrutieren damit sie unserer sache dienen kosten galaktischer mission verteidigungsmaterialien ok machen wir mal ein säuberer haben uns beleidigt ok was haben wir jetzt hier wir sollen mehr von dem lied erfahren ganz schön lang das lied zum gouverneur fahrung anführer zum wachs plus 50 prozent wachsungsgeschwindigkeit wohnabwuchs 5 ressourcen von jobs plus 5 prozent wohnungs- und dienstland minus 10 prozent schon wieder kontakt interessant bricky nikiti fanatische säuberer warum haben wir denn schon wieder fanatische säuberung ich okay wo seid ihr kommt mir nicht in den weg ok dahinten visionär reichsweite effekt geraten unterhalte von eine minus fünf handelswert plus fünf Dann füllen wir noch Ratsposten, dann nehmen wir dich. So, meine Flotte ist für Schader, das ist schön. Wo ist die Plünderflotte? Kann ich die mal hier hochschicken? Na, wir schicken sie hier hin. Flottmanager, okay, Freibeuter, kann ich eure Schiffe erhöhen? Okay, kann ich euch welche dazuführen, Schiffe nicht zu erfüllen? Research complete. Abfangjäger, kann ich, okay. Klausel, Agenda, available. In Ordnung. Du mystischer Ordnung, was für Waren hast du denn? Nein, sie sind nicht interessiert. Corvettes. Er kriegt zwei, drei Corvetten und ein Ratschiff. ugend. Schau mal auf. Research complete. Oh, dann machen wir das doch mal. Schauen wir uns später drum. wir müssen erst mal hier Forschung Alternative Energienetz ich glaub ich mach jetzt mal oh Lebensmittel wir müssen wegen Lebensmittel gucken da ist unsere Welt ok Energienetz was kannst du mir denn anbieten? Wissenschaftler mit ich bin neu zugewiesen nein nichts bringt weiter ähm Militärakademie Soldaten erhöhen die Flottenkapazitäten und erschaffen ja das ist nicht schlecht aber Energiesauger wollen wir nicht Orbitale Datenspeicherung Einigkeit von Bürgern das ist interessant der unsere Verwalter ok wir nehmen das Erlassfonds und Orbitale Autokanone hm die Dinger gefallen mir Ionantrieb wir nehmen erst die Autokanone auf Aufstand das ist kein Wunder Bauen Stadtdistrikt das könnte auch eine Agrarwelt sein aber nein wir müssen zur Agrarwelt was bauen wir hier mal kann ich hier was machen was mit Agrar zu tun hat Hydrokultur Farm wird gebaut das macht unser Archäologe das macht unser Archäologe fehltexteinsatz umsetzt nächsten Kurs ja wo ist mein technologische ähm da soll doch hier einer da ist sternbasis durch die verpeilt na komm so ja ja was machen wir denn hier Kriegsfürst nein wir sind kein Kriegsfürst wir haben gesagt wir sind eigentlich nur notfalls kämpfen wir Kontrolle der Leere Sternbasenkapazität ah gemeinsame Vision monatliche Ähnlichkeit das passt zu uns finde ich ja auch wenn das nicht so aussieht gerade so und wo ist du fließt hier hin mal gucken ob ich die vereinigen kann ja hier ist meine erste hier ist meine erste die genau Update und so ich habe noch keine neuen Schiffe ah falsch Pfortenverworter Schiffsdesign da du gehst weg du gehst weg wo mache ich das denn ach da construction complete warte mal kurz ah ich glaube das war ein Fehler habe ich jetzt automatisch ne habe ich nicht das ist ja egal wir sind ja nicht da mit drin hm die Schiffe hierzu alle wunderbar dann können wir die mal hier und besser die haben schon 1,1 die haben 1,8 2,9 zusammen kann ich nur mit hm ja das ist nicht schlimm tags mal nein ja gefallen mir die nehmen wir oder abstoßen nah komm mach mal Kindle Prime hmm die sollen wir noch ein bisschen bauen Neue Arbeitslose, Tempel, Tempel, Zivillus Trimogistruda, Tempel und, ja, das bauen wir auch. Das gibt mir Einigkeit, oder was gibt mir das nochmal? Noch gibt mir Einigkeit, ne? Oh, C3 Einigkeit, wunderbar. Einigkeit, ja. Das ist ja auch ne Agrarwelt. Du bleibst Agrarwelt.